hallo und willkommen zur casino mission nummer drei skrupellose verhandlungen ich bin bereit ist bereit ach ne unsere autos sind da war müssten wir da stehen naja oh hey good to see you listen mr chen has agreed to a meeting with the duggan family i'm worried it's a very complex situation they're clearly not above some fairly heavy tactics and given the dubious nature of the chen's fortune i can't really ask for help can you come with us thank you that's why this is all be sure was a hojama well y'all son tommy jianya one jianya one it is the strangest thing ever since he tried new personal trainer philip he's very excited very angry lots of exercise she says she stopped method in an angry pair of texans debbie can you have two cars brought around front and make quick so let's do it so let's do it take us to the marlo one you know what we are doing there we are meeting avery and dotton w dexan investors they have been trying to buy the casino when's that coming oh he's telling me around and you don't have to use on this trip no weapons okay laments their methods they have been very aggressive very dishonest a hostile takeover for dirty tricks they were behind all the bad behavior at the diamond recently hey except for mr cheng's mr cheng is expressing his frustration they are very heavy-handed you've got too long i'm not going to do it i want to do it you've got to do it you've got to do it yeah yeah you've got to do it he's got to do it he's got to do it he's got to do it the trainer brucey he said he would work on mr cheng's mind and body so far it's just high intensity training lots of performance enhancing drugs and very little mindfulness and very little oh 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 whoa wonder if you hear it oh oh Verplatzer, einer Schneller. Ja, du hast auch bloß eh hier drinnen sitzen. Ja, äh, Mr. Baker hat äh, Diät gemacht. Deswegen ist nicht so dolle mit dem Gewicht. Boah, fährt er mir? Hier ist eine ganz gefährliche Stelle, müsst ihr mal aufpassen, Leute. Jetzt schmiert er immer ab in Wasser. Verstehe ich, ne, ich bin aber nicht ab hier schmiert. Und hier vorne auch eine ganz inge Stelle. Ah, es ist hier oben. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Oh, komm ich doch wieder an der blöden Stelle hier raus. Ja, wenn du so beschissen fährst, Alter, ich verstehe das nicht. Fahr hier hoch. Die stehen da, wo wir sie hinstellen, ja, oder was? Na, wo du stehst, rufen sie sie. Na, hast du euch habt, Freunde. Die rufen da steht auch. Dann stelle ich meinen gleich auf den Hof hinten ruf. Geht ja nicht. Bist du sicher? Hier vorne ist da einmal frei. Okay. So, dann mal die Komas an vorn. Ach du Scheiße, meiner steht hier schon wie auf dem Acker hinten drauf. Meiner dürfte jetzt hier vorne weg kommen. So, meiner steht hier vorne. Alles perfekt. So, da fahren wir mal hinten auf den Hof, wa? Aber ob er denn noch da steht, ist der zweite Fahrer. Na, ich lass ihn mal wieder hier vorne stehen. Oder soll ich meine Hände erfahren? Lass du mal deinen hier vorne stehen? Nee, ich fahr mal hinten auf den Hof. Ja. Am Pool ran. Ich stelle meinen da hin, wo er vorhin stand. Genau. Ich stelle meinen hier hinten zwischen, dass er bei der Animation nicht sperren tut. Und dann, dass wir eh mal kurz zurück ran brauchen. So. Dann können wir schon anfahren. Ich bin schon am Punkt. Ahem. Ahem. Sie sind hier. Sie sind auf den Terroristen. Sie sind auf den Terroristen. Sie wollen mich folgen. Jesus. Sie können sehen, was alle diese private-militäre Investments haben. Ich bin sehr glücklich, dass Sie nach der Vienkarte gekommen sind. Ein bisschen Cabernet? Nein. Sie wollen ein Burpee? Entschuldigung? Sie wollen ein Burpee? Sie wollen ein Burpee? Sie haben Probleme? Uh, neither me nor my nephew have a problem that I'm aware of. We love China. Always have. Ever since I ate my first Eggroll. Will you see? So, dann brauchen wir nur ein Burpee mal kurz zurück, dann. In einer Eggroll? Sie haben keine Garten. Ich habe mir gedacht, ich liebe China. Ich habe einfach nicht. Was mein Vater ist zu sagen, ist... Entschuldigung! Ich war nicht fertig. Entschuldigung, Sir. Das ist kein Problem, Thornton. jetzt. Na, jetzt. Seine Frau, Sie werden uns die Passenkarte verkauft! Bi, nicht mehr mit sich. Nein. Sache, ich will es? Also, die wir hier zu sprechen, ist eine gewisse Runde. Sie meinen ganzen Bullen? Ich vermisse eine Frau. Ich kann mir den ihre Mutter verraten. Danke. Danke! Mr. Chang ist ganz Deutsch, aber Passenkarte ist eine Familie. Warne nicht. Sie sind die Passenkarte. Sie sind sehr stark, ausgeschieden. Thornton, Sie würden uns schassen? Okay, Uncle. Okay, Uncle. I think I should stay. I strongly advise that you should leave. This is significantly above your pay grade. Very good. Just follow me, Miss. What was that? A ball buster. I don't know. Anyway, Mr. Chan. I'm gonna lay my cards on the table. I don't give two fucks about who your family is or how many ninjas you got up your sleeve. Am I making myself clear? Who are they? Who are they? Where I come from, you don't get to pull a gun unless you're willing to use it. But maybe you do things differently in your parts. Now, when I return, we will continue this conversation as gentlemen. Now on second thought, I ain't a gentleman. Shoot the bastards! The problem is, I think we are going to kill Kuruma here, right? Come with, come with, come with here. From here. From here. From the beginning. The cars are away. The cars are away. The cars are away. The cars are away. Well, I'm trying to kill my garbage. Oh, okay. Where are they? I'm trying to kill my garbage. Let me kill you now. Stop the bullpen. Fuck, I got you. Help us. We can take my spaw. Of this. Please stop. Mr. Cain. Just stay in trouble. Hey, cover now. Und ja, da schießt er auf mir. Oh, er lädt erst mal drei Stunden nach dir. Scheiße, ich bin nicht der Tod. Weg auf, fast. Dein Beschützer Schengen haben wir doch gemacht. Komm mal. Aber jetzt kommen die Hubies wieder. Warte mal, erst mal. Scheiße, ich bin tot. Pao Schengen ist gleich tot. Eiko. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Na, die haben doch da gestanden. Die haben doch gar keine Schüsse abgekriegt, die Penner. Eigentlich nicht. Ich hab nicht auf der Karte. Ich kann nicht sagen, ob von was hinten gekommen ist denn. Die kommen ja von allen Seiten. Wir haben doch bloß die... Wir haben doch bloß die Typen vorne abgeschossen. Was anderes haben wir doch gar nicht gemacht. Ach, ey. Die sitzen doch da am Pool. Der konnte doch gar keiner durchkommen, die abzuschießen. Du, die kommen von allen Seiten. Anders geht's. Dann müssen wir vorne weg. Die gehen doch denen nach vorne. Warum nimmt ihm die Knarre nicht, die Alte? Was ist das denn? Was war denn das? Ich kam da angeflogen. Granatwerfer. Ich bin schon in der Ecke. Ja, ich auch. Ich hoffe, da kommen ja noch drei von unserer Ende Seite. Ja, kommt einfach. So. Bubi? Das ist kaputt. Ja, da kommt einer hinten. Oh, das war eine schöne Position, Alter. Film bei den Typen los. So, erstmal haben wir das nächste Pressen. Na, statt die mal weggehen hier, die Kunden. Oh, komm her denn jetzt ja. Mann, du schießt doch mal. Wir werden ja tot hier wegen die scheißen Möbel. Alter, das kotzt mich an mit die scheißen Möbel, ey. Ich stehe hier drüben schon. Oh, den hat ja von mir schossen gerade. Können wir den geradeaus noch um den hin? Jo, was ist nex, wenn möglich? Ich bin schon fast tot. Was ist nex? Geht doch nicht, wie denn? Wir kommen ja schon weg. Da sind sie schon. Sie können doch auf der Liste auf Hong und Chong ja nicht mehr schießen. Guck mal, die müssen bei dir durchkommen da noch, ne? Jaja. Und Mr. Wong und Chong, die laufen ja mit dir mit. Jaja, das ist das ja eben. Und hier auf der Seite werden sie dann abgeknallt. Na sind bei dir noch welche oder was? Ja, die sind vorne alle, da wo du jetzt hinläufst. Achtung. Geh rum jetzt. Mir ist jetzt erstmal die Luft aus der Erde. Wir werden grad fast durchgeschossen. Warte. Jetzt kommen sie zu mir. Passt auf der Auto, ob was vorne drunter steht. Ich muss ganz bleiben. Ihr habt doch freie Bahn jetzt. Ja. Wir müssen ja erstmal die Leute ausschalten. Halt durch. Halt durch. Halt schon in drüben. So. So, jetzt steige in das Auto. Du schnapp dir ein anderes Auto. Warte mal, fahren wir noch nicht zu weit? Mal kurz nach gucken. Ob ich links holen kann? Ne. Kein kleiner nicht. Wer brennt? Dein Auto kreimt. Der kreimt nicht. Ja, das ist der Ausbau. Komm. Das ist der Ausbau für die Doppelrohr. Ah, ok. Normale Strecke oder hier gleich querfeldein? Ne. Normale Strecke. Das kann doch nicht. Also. Das ist weg. Ich fahle mal mittel zu. Wo? Ist es dran? Ja, ja. Frei. Überholung. Überholung. Das vollst du. Ich fahre, fahre, fahre. Ja, da vorne ist noch mal eine Straßenspreise. Ja, ja, komm mal. Ich probiere den erst. Ich fenn das. Ausdruck. Das ist super. Boah. Das war der Typisch. Fahr, fahre. Da war der Typisch. Komm mal vor. Kommt einer mit circa 400 Klamotten an. Die fahrenden Rampen erst mal weg, Alter. Oh, vollen Schuss. Ja, vollen Schuss. Ja, vollen Schuss. Das war der Typisch. Das war der Typisch. Aber also. Hast den Typ nicht am Hals hängen, wenn du nicht hier bei mir, oder? Nee. Nee. Das ist nicht von vorne. Ja, ja, ja. Alles gut. Komm mal. Ich bin müh. Komm, mach ich knapp einen Kilometer vor mir. Dann bin ich da. Halte gut. Dann muss ich einfach den Toppen gehen, Alter. Ich muss pissen in den Hals. So, hier gab es gleich. Ja, 400 Meter. Okay. Die Pussies, Bro. Ich sagte es. Ich sage, das ist nur Ruhe und die Duld. Okay. Ich denke, wir haben es geschafft. Die Duld, Ruhe und viele Snacks und Panzer. Wir brauchen. Und fertig. Verstanden. Sehr schön. Sehr schön.